Wer ist Hudson John? Kleiner gefallen. Hudson John ist irgendwo hier unten. Hudson John? Ne, da sind die Spider-Rents. Hudson John? Was sind hier? Guck dir doch mal die Missionen an, die wir machen müssen. Ne. Nö, nö, das sehe ich nicht so. Auf den Arsch. Da kriegen die am meisten Damage. Das hat Platzen wie Flünder. Sehr spannende Mission. Die sind fertig, ne? Ich weiß. Wir müssen nicht nur weiter diese armen, wehrlosen Tiere töten. Doch. Die sind immerhin gemein. Stimmt. Hallo. Kehre zu Helena zurück und überbringe ihr die gute Nachricht. Können die nicht anrufen? Vor allem die eine kann sich die ganze Zeit auf unserem Bildschirm drauf beamen, ne? Nein. Sechs Stücke. Nein. Wie viel? Sechs Stücke. H earthly? Nein. Nie, ich. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Sind ich mir. Das kann doch nicht werden. Aber die sind alle hier. Ach, das ist mir scheißegal, ob die alle hier sind. Also langsam nervt's. Also langsam ist... Meintest du nicht, es sind nur noch 40 Missionen, die uns zählen? Ja. Und alleine 10 davon sind nur ein Brett, oder was? Das waren nur 6. Jetzt wollen wir nicht übertreiben, ja. Das wollen wir mal nicht übertreiben tun. Aber wir haben doch alleine heute schon 4 oder 5 gemacht. Ja, 4 oder 5. Ja, es sind nur noch 200 Millionen Gebiete in diesem Schnellreisesystem. Ja, aber da sind auch viele von den DLCs mit bei. Fast alle. Ist das die jetzt hier, oder müssen wir wieder... Hm, nee, nee, die sind hier. Die sind alle Ruskaman East. Nein, dieser Witwenmacher. Oh. Ja. Schau mal, herausgefunden, er ist hier. Jetzt ist er weg. Oh, dieses Spiel macht es einfach so unfassbar schwer, es gern zu haben, ne? Schieß auf den Arsch! Ich bin noch dabei. Das seh ich aber nicht. Nee, das hat mich voll gespritzt. In weißer Flüssigkeit. Tatsächlich. Das ging in die falsche Richtung. Ich hab keine Munizomme. Spritz das, Bitch. Ja, klar, jetzt müssen wir ganz nach da unten, um diese blöde Fetik-Koldernprobe zu finden. Die Fetischprobe? Ein verrückter Kniesel. Die Bewaffnung von diesem Auto, die erstaunt mich immer wieder. Hm. Äußerst effektiv. Oh, da leuchtet es, was. Nächste Mission. Äh, hier. Hier. Hier bleiben. Immer auf den Sprung. Ich will aber nie. Ach, guck mal, das kleine Schnuckelchen. Das möchte ich nur deine Eingeweide fressen. Mein Gott. Habt ich's nicht sehen. Ja, da hält dich ja nichts gegen. Weißt du, da muss ich wirklich nicht weiter spielen. Ja doch, das ist dann der Punkt daran. Du musst auf ewig spielen. Ach, ich hab ja falsches Schild ausgewählt. Ja, geil. Nee. Was, nee? Nee, das ist nicht gut. Tagebücher finden. Und wir haben auch noch sowas mit Waffenteilen, oder? Ja. Und Tagebücher. Warum? Wieso haben wir die Mission denn nicht am Anfang bekommen? Weiß ich nicht. Gab's das? Wo wir noch die ganze Zeit durch das Kackebiet durchgefahren sind. Ja, da war das schon... Wir haben doch jetzt erst das schwarze Brett repariert. Ja, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Weil wir alle Teile dafür hatten und dann haben wir das abgegeben und dann, ja. Ich glaube, Claptop hat uns die ganze Zeit gesagt, dass wir zu dieser blöden Helena gehen müssen. Aber wir haben nie auf ihn gehört. Das kann sein. Wer ist das überhaupt? Ja, das ist Tennis, Mann. Patrizia. Patrizia Tarnschiss. Wo sind denn die anderen Missionen? Wir sind alle hier. Ja, alle jetzt hier in dem Sumpf oder was. Ja, was weiß ich. Nicht, dass wir jetzt 24 Mal in den selben Sachen vorbeifahren. Ja gut, dann bleib stehen. Guck auf die Karte. Ich wechsle die Mission durch. Ach ja, warte. Jetzt hole ich erstmal ein Audio-Tage-Ding. Dann hole ich erstmal ein Audi, ey. Krass. Lass sie nicht ausreden. Einfach weitermachen. So. Moment. Ja, klar. So, ja, voll. Weg los. Gut. Nein, jetzt ist das, das kommt jetzt, wo wir eben die Tagebücher. Oh, guck mal, ein schönes Licht. Das ist romantisch. Steigt mal aus. Wo ist das? Wir sind. Das liegt hinter der Mathe. Oder hinter dem Bett. Ja, oh Gott, das Auto ist kaputt. Ihr Schweine! Das Spiel wurde mal Spiel des Jahres, oder? Keine Ahnung. Was gibt es denn in der Game of the Yiddishen davon? Ich weiß gar nicht mehr, ob heutzutage das immer heißen muss, dass es ein Spiel des Jahres war. Oder ob es nicht einfach nur heißt, hier, da sind einfach alle DLCs drin, nimm es und hat die Schnauze. Ich meine, Overwatch ist ja jetzt auch Spiel des Jahres. Ja, gibt es auch bei einer Game of the Yiddishen. Wovon auch immer. Mit was auch immer mehr. Die hat auch Langeweile gehabt. Ja, vor allem, die nimmt sechs, fünf Tagebücher auf und verstreut sie irgendwo. Ja. Das ist richtig. Also, das kann ich auch nicht so ganz verstehen. Ich würde die ja verbrennen. Wen, Patricia. Ja, die auch. Weil sie sich überall hier auf der Met verteilt hat, die Gildku. Wo muss er eigentlich hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Dahin, ja, wir sind schon gar nicht mal so richtig. Das ist jetzt eine Mission. Aber es kommt einem vor wie fünf. Es ist genauso langweilig wie gleich fünf Missionen. Toll. Und wo ist die Mission? Hier, da, wo wir vorhin gestartet sind. Warum wurde uns dieser Punkt nicht zuerst angezeigt? Ja, damit wir... Also, the circle of life, Mann. Ach, the circle of life am Arsch. The circle of pipi. Ja, aber wenn wir doch nur noch 40 Missionen vor uns haben. Ja. Und hier von alleine sechs da sind. Und wir heute bestimmt schon fünf oder so gemacht haben. Die ist auch gar nicht hier. Wie? Hä? Die wurde... Die ist von anders. Ne, jetzt ist eine andere Mission ausgewählt. Ach so, warum ist jetzt einfach eine andere Mission ausgewählt? Was ist da los? Äh... Also, das hier. Ne, wir müssen doch das blöde Tonband finden. Welches Tonband? Nein, die ist... Das Tagebuch! Die hab ich nicht. Ach da. Was haben wir denn die ganze Zeit gemacht? Ich hab absolut keine Ahnung. Die hab ich nicht. Bei dir? Ja, ich hab's gefunden. Nicht, ob wir das bei ihm abgeben müssen, aber nicht. Ne, beim schwarzen Brett. Die hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Haben wir jetzt vier Tagebücher, fünf Tagebücher gefunden, haben wir nicht. Ja, hab ich nicht. Mein Eko-Rekorder ist ganz klar verrückt geworden. Kann dir das bitte, aber kannst du eine andere Mission? Dankeschön. Sie redet trotzdem. Weiter, 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 wir haben... Sie redet trotzdem weiter. Ja, egal. Komm, weiter, wir haben keine Zeit. Los, 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 los. Guck mal, siehst du das? Es sind nur noch drei Sachen. Hä? Hier, geradeaus. Ich hab dich nicht. Wir müssen jetzt keine fünf Sachen sammeln, sondern nur drei. Ja, und danach müssen wir dann nochmal fünf. Hier, die Waffenteile. Ja. Hallo? Hallo, wir fahren einfach drüber, genau. Da, ich seh ihn schon. Hallo, wo ist es denn? Dann steig aus. Da, im Scheiße aus. Ja. Guck mal, ich hab dich direkt daneben gefragt. Na gut, das ist gar kein Scheißhaus. Oh, geil, das ist doch die Bücherverbrennung hier. Da steh ich drauf. Nee, ist das Proklamidien? Nee. Warte, ist das nicht Proklamidien? Proklamidation? Proklamidation oder sowas? Ich weiß, ich kenn das Wort nicht mehr. Proklamidien? Nee, Proklamidien oder was anderes. Proklamidien? Ja, genau, Proklamidien. Das ist die neue Partei. Proklamidien-Partei. Das ist aber noch besser als die AfD. Nein, man darf sich ja nicht mehr über Politik unterhalten auf YouTube. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben sämtlich in unserer Space sowieso schon ausgeschieden. Ich glaube auch, dass wir richtig. Alleine mit dem Spiel Gears of War, weil man ja über Krieg nicht mehr... Nee, du darfst über Krieg nicht mehr reden, aber du kannst es immer noch zeigen. Du kannst auch die Werbung von Battlefield 1 bekommen, aber dürftest in Battlefield 1 eigentlich nicht mehr über Battlefield 1 reden. Ja, aber wir haben ja im Grunde in Gears of War auch immer über Gears of War geredet. Ja, das ist richtig. Aber nicht über den Krieg per se, sondern nur über das Spiel. Ohne Krieg. Was heißt denn nun mal so? God of War zum Beispiel, ja, ist ja auch so ein Ding. Ja, nee, das geht nicht. Das sind Götter und Krieg. Und da ist Religion mit drin. Ja, das meinte ich mit Göttern. Nee, das sind Götter, Religion und Krieg. Das muss man schon getrennt alles auffassen. Hier, steck mal aus. Guck mal, ich falle dich sogar hoch. Danke. Kein Ding. Hat wunderbar Funktionuckelt. Wächst. Ja, ne, geile Schnitzeljagd, Junge. Hier, wenn ich schon sowas lese, sammelt es sechs Flugblätter. Da krieg ich direkt Aggression auf diese Spiele. Was, wir müssen Flugblätter sammeln? Ja, nice. Vor allem, das sind einfach sechs Missionen, die alle irgendwas mit Sammeln zu tun haben. Alle. Nix entspannendes drin. Das ist von WoW abgeguckt. Nee, selbst in WoW sind die Quests interessanter als in Borderlands. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Weil in WoW haben die tatsächlich einen Hintergrund. Der hier auch? Ja, warum muss ich denn Shotgun... Ach nein, nicht hier schon wieder. Es ist ja auch, wenn ich das Stück hier schon sehe, ne? Dieses vergangene Pistor. Ich sehe, wie du fährst, ey. Ach, komm halt, du Kosche. Ach nö, das ist so nervig hier. Sag mal bitte, dass die alle hier irgendwo sind. Hier ist überhaupt nix. Hier ist alles weiter weg. Wo ist das Teil? Ach stimmt, wir sollen eine Waffenteile finden. Ich vergaß. Ja, ne Shotgun, sowieso, wenn das scheiße ist. Hm. Also ich hab den ganzen Zeit versucht, freundlich zu sein und friedlich und Frieden mit dem Spiel zu finden. Aber das Spiel wird einfach keinen Frieden mit mir finden. Wow. Wo bist du? Überfahr die Scheiße einfach. Okay, hier bleib ich stehen. Oh, das hat sogar geklappt. Vorsicht, da oben sind noch mehr von denen. Wo ist das Teil? Geht ihr mich jetzt verarschen? Oder was? Kriegt das hier irgendwo? Hä? Hier liegt das. Also ein Teil hab ich gefunden. Da hinten liegt nur eins, hier ist nur eins. Ich glaub, es ist einfach nur... Das ist nur ein Indikator, dass irgendwo hier die Teile sind. Du hübst da grad oben rum? Drei hab ich. Irgendwo. Bestimmt dann auf der anderen Seite. Oder bei den Türmen. Auf... In dem Türmen. Ja. Türmen. Hinten, ne. Aber wo auf der anderen Seite? Ja, das kann sein. Da oben irgendwo bei den Kisten. Kommt man da hoch? Ja. Ja, da oben ist es auch. I see it. Oh, Gott sei Dank. Es ging ja noch. Du bist ja auch drin. Nein. Falscher Richtung. Please return the auto. Next mission. Hab ich. Oh, Flugblatt. Vielleicht können wir hier stehen bleiben und die fliegen uns zu. Jawohl, hier geht's wieder richtig ab. Need for fucking Speed. Ne. Selbst die Spiele sind interessanter. Und haben eine bessere Geschichte. Ne. Schalt sie alle ab! Vielleicht noch bis Most Wanted. Aber dann, ne. Oh, der alte Most Wanted war so gut. Hm. Oh, ein Träumchen. Gibt's den eigentlich irgendwo zu kaufen? Das normale Most Wanted, ja. Digital? Das weiß ich nicht. Verdammt. Aber ich bin auch gerade echt im Überlegen, ob ich mir Web of Shadows nochmal hole. Willst du das echt nochmal neu aufnehmen? Ich hab schon mal irgendwann drüber nachgedacht. Für mich mal so als Versuch, weil das kam mir echt richtig gut an, ne. Oder hat er nie, aber das Problem ist, wenn du es genauso machst, es wird halt wahrscheinlich nichts bringen. Nein, weil das Problem ist, dass du ja selber Konkurrenz im Grunde machst. Ja, aber das ist ja egal. Ach, wir müssen die Gegner töten, die lassen die im Flugbild abfallen. Lass sie fallen, ihr Schweine! Aua, Hilfe. Niemals! Was bist du denn? Ach, ich häng ihn so ab. Hängst du ab? Na dann, häng mal weiter, ne. So, ihr Gegner. Ach, wirklich? Ne, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ey. Ja, das ist ja gut, dass ich es nochmal gesagt habe. Der hat mir mitten ins Gesicht gehauen. Dreck, knack. Schluss nachladen. Schluss nachladen. Alter, was machen die denn aber eigentlich? Gang, 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 ey. Ah, weg hier! Oh Gott. Noch einer, oh mein Gott. Lauf einfach! Okay! Nein, die haben nur drei Leben! Scheiße. Oh, jetzt sind die alle so weit weg! Ach, weiß nicht was. Ganz ehrlich. Immerhin spawnen wir an unserer Anifestelle. Äh, wo bist du hin? Äh, ich hab mich auf so einen Fahrrad-Sitz teleportiert. Ja. Wo was geht? V-Morail! So. Ach so. Äh, ja, die Next ist Janistown, oder? Wir gehen woanders hin. Was? Weiß ja, das heißt ja, Moment, da haben wir ja schon alles fertig. Ja. Also, Kreis des Gemetzels, Ruscom and West. Was? Kreis des Gemetzels? Ja. Ja, das ist ja, ist neu, ist doch ein neues Gebiet dann. Ja, aber das ist die auch von einem, von dem schwarzen Brett. Ah. Ja, gut kann.